Verteidige deinen Schützpawn. Schleichter Panzer, gehe gut gegen Artilleriegeschütze. Hahaha, habe ich gesehen, wie bei den Zahl von den Dinger in die Luft gejagt wurden. Anfällig für große Fahrzeuge. Und es ist wieder eine recht symmetrische Karte. Trada, die Kaserne, die Kaserne, die Kaserne, die Kaserne, die Kaserne und Trada. Und Ziforz, natürlich. Okay, und wieder wird's hektisch. Holt euch den Schlitzpunkt. Holt euch den... Holt euch den Schlitzpunkt. Oh, ein Level-2-Garnision. Was kannst du bauen? Zwischen was anderes? Nein. Okay. Panzer. Halt's aus. Ach, diese Mausgeschmitte, diese... Ach, so widerlich. Hängt sich denn sowas? Das Spiel mag jetzt im Moment noch recht einfach aussehen. Es ist allerdings, die Sache ist später, im Verlauf des Spiels, bei den letzten Leveln, in der Stadt, im Stadtplaneten, Spoiler, muss man unglaublich schnell sehr viele, sehr richtig schwere Entscheidungen treffen. Ansonsten hat man überhaupt gar keine Chance. Und ich probiere das. 2-D-D-Macht. Das ist Level 1-Garnisierung. Sektor unter Kontrolle. Sektor unter Kontrolle. Sektor unter Kontrolle. Hier Kriegereinheit. Jawohl. Halt schnell wie's geht. Wie nur da haben wir noch. Sektor unter Kontrolle. Und ein Mittel... Na, ich dachte, das ist halt. Granat. Jawohl. In Ordnung. Sektor unter Kontrolle. Klar, die müssen wir jetzt noch irgendwie halten. Nein, 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 nein. Ich muss meine Sachen kaputt machen. Ja, die sind echt mitgenommen. Gut. Ja. Ein Jeep verloren, aber ein Panzer bekommen. Sehr schön, so muss das. Hey, rein mit dir. Rein mit dir. Ist das ein Psycho? Oh, cool. Ein Psycho. Ich weiß nicht mehr, was die machen, aber ich glaube, die waren cool. Hier, da war da. Ich hab aber in den Kornchill. Wird erliebt. Fahrzeug hergestellt. Erstatte Meldung. Jawohl. Jawohl. Ich hab die Panzerkrankung bekommen. 31 Sekunden, die kriegen wir. So. Ich muss mich bei diesem Spiel auch ein bisschen mehr konzentrieren. Das läuft zwar sehr einfach noch die ersten paar Missionen, aber... Man darf sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das hat man ganz schnell ein ganz großes Problem. Erstatte Meldung. Rumpf. Fahrzeug hergestellt. Auf sieh mit dem Rübel. Das läuft, das läuft, das läuft. Ist das ein Fahrzeugwerk? Das ist Fahrzeug von Station 1. Jawohl. Ende. Jawohl. Bestätigt. Was habt ihr da? Gattling. Leicht ab. Ah, schön. Schön, 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 schön. Da oben ist eine Radarstation, die hole ich mir einfach der Vollständigkeit halber. Meldung. Wird ermittelt. Oh, mein Gott. Sie sind einfach überall. Kein Problem. Jawohl. Und ihr... Wir greifen an. Aber ihr schreibt, ihr geschmachtig seid. So. Moment, wimmelt es hier nur gerade von unseren Leuten. Und daher habe ich da gar kein allzu schlechtes Gefühl. Eigentlich wäre es noch sehr, 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 sehr schwer. Das ist noch zu versauen. Aber im Moment habe ich die absolute Dominanz über die Karte. Und ich habe raus. Okay, da habe ich außerdem rausgetabt, da ist mir die Fratsaufnahme abgekackt. Aber mein Sprint. Nein! Das ist nicht viel fort. Nein! Okay. Okay, okay. Doof. Sehr doof. Nochmal von vorne. Schön. Hatten wir schon? Ja, überspringen. Nein, halt. Nein, halt. Okay, das war jetzt nicht eigentlich die Art und Weise, es zu verkacken, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz, das war schlecht. Weil halt du da hin. Du da hin. Du kannst durch Wasser gehen. Oh, Mann. Das ist doch ein bisschen ätzend jetzt. Ein bisschen sehr. Psyche aus mit Sachmaschinengang. Hier, Psyche aktiviert. Fahrzeug erbeutet. Bestätigt. Granaten aufgenommen. Jawohl. Hier, Krieger, kein Problem. Erstatte Meldung. Ein wenig durcheinander gerade. Moment, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept geworfen gerade. Jawohl. Ein bisschen sehr. Bestätigt. Das habe ich jetzt absolut ein bisschen jetzt aus dem Plan geworfen, aus dem Zeitplan? Ja. Ich würde sagen, das hat es. Sektor unter Kontrolle. Komisch. Ich dachte, die könnten auch Gebäude an dem Panzer. Hatte ich das nicht gerade eben gehabt in der letzten Runde? In Ordnung. Geschütz erbeutet. Jawohl. In Ordnung. Nicht weiter wichtig. Nicht weiter wichtig. Oh. Ups. Die Krieger mögen an sich nicht gut sein, weil sie können Leute aus ihrem Panzer schießen, was ich gerade sehr, sehr schönfindend hätte. Auf sieh mit Gebrüll. Hilfe. 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 Oh Gott. Oh Gott. Granaten aufgenommen. Hier da hin, hier da hin, hier da hin. Die haben Granaten. Die haben keine Granaten. Diesen Aufstand wieder aufzuholen wird schwer. Sehr schwer. Vor allem, weil da gleich wieder einer rauskommt. Ja, und noch eine Geisum für den Gegner. Schön. Gut, sie können Sachen einnehmen. Schön. Gut. Das wollte ich hören. Hier Kriegereinheit. Wir greifen an. Jawohl. 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 Oh Gott. Jawohl. Wir greifen an. Hier Kriegereinheit. Voll das Loch ins Territorium gerissen. Sie im Leben. Erstatte Melde. Ist einfach überall. Ja, okay. Das war nicht so ein bisschen effizient. Wir sind unter Beschuss. Sie sind einfach überall. Gott, ich hoffe, das Geschütz kann es aber einen aufhalten. Weil jetzt haben sie doch nicht den Zeitvorteil auf ihr aufhalten. Was ist denn das? Ja. Okay, da steht einfach mal, da stehen ein paar Leute rum. Das ist doch egal. Ja, ein Panzer, ein Jeep und sowas. Schön. So wenig Micromanagement. So viele Probleme. So, hoi, die andere wieder. Okay, das können wir reißen, das können wir reißen. Alles, gar kein Problem. Alles gut, alles gut. Alles okay. Hier kein Jeep. Wir brauchen Panzer. Schnell. Okay. So, rein, Jeep. So da rein. Build a light tank. Schön. So eine Auszeichnung bekommen. Im Moment noch gar nichts. Los, 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 rein. Das tue ich natürlich nur als absichtlich. Damit man weiß, dass die Spiele nicht nur komplett aus Leichtigkeit besteht. Bestätig. Bestätig. Jawohl. In Ordnung. Ähm. Und Schiff. Und Schiff. Und Verstattung. In Ordnung. Nach der Tank. Schön. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich würde ihn da rüben aus. Der kommt auch noch. Der ist vielleicht wieder fertig. Schön. Und da ist er leicht direkt weg. Schön. Gut. Den wollte ich sowieso nicht haben. Boost. Das Problem ist, dieses Spiel läuft komplett mit der linken Maustaste. Wenn ich versuche, jemanden zu schicken und dabei auszusehen einmal Eigenlösch anvisiere, dann heißt das nicht, dass sich meine Einheit dorthin bewegen wird, sondern lediglich, dass ich die andere Einheit ausgewählt habe. Schön. Gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich hoffentlich versuchen, meine Video-Festung wieder abzuholen. Derzeit wird mir diese hier. Hier. Los, 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 los. Auf geht's. Los, 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 los. Ich würde nur ungern sehen, dass ich meine Sachen einnehme. Los, 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 los. Los, 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 los. Nein, nehmen. Wir rennen wie die Hasen. Ende und aus. Jawohl. Mitkommen, mitkommen. Okay, doch, ich glaube, ich habe die Sicherheit wieder. Und ich fahre, wie wir hier gestehen. Jawohl. Ende, Fektor und zur Kontrolle. So, du wirst mir, was ist produziert. Oh, leichter Tank, wie schön. Ich mag leichter Tank. What? Okay, cool. Cool. Zehn Jahre habe ich die gespielt, schon mal zwölf. Aber das habe ich noch nie gesehen. Ah, genau, da war es. Tanks. Erstatte Meldung. Beiden leichten Tanks und diese beiden leichten Tanks dorthin. Und das sollte das dann auch gewesen sein. Den haben wir da unten noch. Oh, da sind ja auch noch ein paar Leute. Psychos, alle mitnehmen. Ja, komm, was soll's. Die Steuerung ist sehr, sehr hakelig. Sehr hakelig. Und aus irgendeinem Grund ist das Geschütz, was wir haben, da sehr viel effizienter als der ganze Rotz, den ich hatte. Was mich sehr, sehr ärgert. So einen leichten Tank. Die wollte ich eigentlich alle verlieren. Von unten. Schön, noch ein leichter. Dafür ich gerade eben vier verloren habe oder was auch immer. Brad und Alan. Also darüber komme ich nicht hinweg. Das sind übrigens die beiden Pappnasen aus dem Video. Ach, süß. Ein Kitzle in Gatling gegen der Panzer. Das war klasse. Das war klasse. Jawohl. Das war klasse. Wir haben's geschafft. Gut gemacht. Gut gemacht. Hab ich nicht gleich gesagt, dass das ein netter, ruhiger Urlaub wird hier unten? Klasse. Nur ein bisschen laut für meinen Geschmack. Hey, solange es ungefährlich ist, kann's dir doch scheißegal sein. Amüsier dich. Ich erhebe mich. Ich auch, ich auch. Frängt eure beiden Bleiherrsche in Bewegung. Und macht das Schiffstart klar. Dieser Sektor ist gesichert. Alle gegnerischen Einheiten wurden ausgeschaltet. Wow. Total leergefegt. Cool. Ja, das ist doch ganz nett.